Ich gehe in meinen Oberschenkel und das Gehirn hat immer gesagt, diese Frau schläft, baue ich nichts nach, baue ich nichts nach. Nach 40 Jahren, aus die Maus, Knorpel weg. Was macht die Medizin? Früher hat sie aufgeschnitten, rechne ich, schreibe ich bei Osteoporose, Kallen-Mack-Präparat. Einfach kalt zu machen, die ist massenweise, keine drei oder sehr wenig, da kommt Kalt zum Knochen. Sagt der Knochen, was soll ich mit dir machen, Jungen? Kein Programm, nichts verstehen, Ausländer. Wo willst du da rein? Das heißt, Vitamin D13-Programm nimmt dieses Kalt zum einen, Vitamin K2 baut in dieses Kalt zum schönen Knochen rein. Und die Osteoporosespitze, wenn eine Osteoporose hat, ohne Vitamin K2 macht das gar nichts. Kannst vergessen, Vitamin K2 ist das einzige Vitamin, was Knochendichte steigert. Werde von keinem Arzt verschieben, K2. Das ist neue Mode, K2. Und in Norwegen haben sie schon direkt mal. Was will K2 finden, wenn ich nichts genommen habe. Da, in Norwegen nehmen jetzt 4.008 und 2 Menschen, 10 Tropfen K2. Was passiert nach 10 Jahren? Diese... Was hat sich mit einem breaksen Jaub purchase? Ben, von K2. buddy, Vadim heißt? Ja, wer das ist, ne Juliette, und das war mit der Ali Ayu. Vielen Dank.